Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es wieder um Lightroom-Looks. Ihr mögt es offensichtlich sehr, sehr doll, wenn ich Looks erzeuge in Lightroom. Von daher gibt es heute den nächsten Look und das ist der Aqua & Brown Look. Viel Spaß! Ich habe hier mal ein Foto aufgemacht von der lieben Stefanie Giesinger. Mit der war ich auf Mallorca und habe da ein schönes Fotoshooting gehabt. Und anhand dieses Bildes möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen, wie ich diesen Aqua & Brown Look hinbekomme. Also so ein bläulicher Ton gemischt mit so einem bräunlichen Ton. Das sieht ganz, ganz cool aus und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie ich das Ganze mache. Ich mache vorher ein paar ganz kleine Anpassungen am Bild, einfach damit wir hier noch so ein ganz bisschen Look reinbekommen. Ich werde die Tiefen also ein bisschen aufhellen und so ein bisschen Kontrast noch mit dazugeben. Ich denke mal, so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Ansonsten lasse ich hier eigentlich alles so, wie ich das fotografiert habe. Ich werde es noch ein bisschen schärfen, das Foto. Das heißt, mein Standardbetrag hier von 80 und das Ganze mit gedrückter Alt-Taste wieder so ein bisschen ausmaskieren, damit wir wirklich nur die Schärfe an den Kanten haben. Die Profilkorrekturen aktiviere ich noch und die chromatischen Aberrationen entferne ich und das war es eigentlich schon. Jetzt können wir uns direkt um den Look kümmern und dazu gehe ich wie immer bei den Looks nach unten in die Kamerakalibrierung. Da schaue ich mir als erstes wieder die Primärwerte Blau an. Die werde ich wie so oft ganz nach links schieben, um hier so ein bisschen mehr in das Cyan reinzugehen. Und du siehst jetzt schon, dass auch die Haut natürlich dadurch extrem rot wird. Das wollen wir natürlich am Ende noch so ein bisschen verhindern. Ich werde auch die Primärwerte grün so ein bisschen nach links schieben, ungefähr auf minus 50, die dann so ein bisschen mehr in den Gelbton gehen. Und dann werde ich als nächstes mich um diese rote Haut kümmern. Und dazu werde ich jetzt hier einfach mal die Sättigung von den Primärwerten rot nehmen und komplett auf minus 100 stellen. Und jetzt haben wir dieses Rot nicht mehr so drastisch im Bild und das sieht schon sehr, sehr viel besser aus. Ich werde auch den Farbton von dem Rot noch so ein bisschen nach rechts schieben, ungefähr auf plus 15. Ja, das sieht so schon ganz gut aus. Und wenn ich jetzt hier mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich mache, das war das Bild vorher und jetzt sieht es so aus. Da haben wir schon so ein bisschen diesen Look da. Ich gehe jetzt nach oben in die HSL-Tabelle und kann da den Look noch so ein bisschen verfeinern. Das heißt, ich gehe als erstes mal in die Farbtöne rein, wähle hier den roten Farbkanal aus und schiebe den mal komplett nach rechts. Dass die Rotwerte also so ein bisschen mehr ins Orangene gehen. Das finde ich so schon ganz cool. Jetzt haben wir so ein bisschen diesen goldbraunen Look hier auf der Haut. Und ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt werde ich mal gucken, was ich hier mit den Blauwerten noch mache, ob ich die noch so ein bisschen mehr Richtung Sü anschiebe. Ja, so ein bisschen, ungefähr auf minus 20. Und dann werde ich die Sättigung von den Orangewerten und auch von den Rotwerten nochmal ein bisschen anheben, damit das ganze Bild nicht zu flau wird. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein und vielleicht gehen wir hier in die Dynamik noch so ein bisschen rein, einfach um hier so ein bisschen mehr Farbe ins Bild reinzukommen. Ungefähr plus 50 sieht ganz gut aus und die Sättigung nehmen wir dafür so ein Stück runter. Das gefällt mir so schon sehr, sehr gut. Und ich werde das ganze Bild insgesamt noch einen ganz kleinen Tick aufhören. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und eine kleine Vignette gebe ich noch mit dazu. Das heißt, ich gehe hier wieder nach unten in die Effekte und werde jetzt hier einfach die Vignette auf ungefähr, ja, so minus 14, minus 15 stellen. Einfach damit wir das ganze Bild noch so ein bisschen abrunden können. Und wenn ich jetzt hier nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich mache, so sah das ganze Bild vorher aus. Und jetzt haben wir dem ganzen Bild einen Look gegeben. Und das Ganze sieht auch schon sehr viel besser aus. Man kann jetzt natürlich anfangen und auch noch in die Gradationskurven reingehen und das Ganze so ein bisschen matter machen. Finde ich aber in dem Moment gar nicht so wichtig. Mir gefällt der Look so schon sehr, sehr gut. Gut, ich kann dir jetzt auch nochmal die Vorher-Nachher-Ansicht hier zeigen, indem ich hier einmal auf dieses Symbol klicke. So sah das Bild vorher unbearbeitet aus und so jetzt mit dem Look, wie wir ihn haben wollten. Also dieser Cyan-Aqua-Braun-Look, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Ich freue mich immer, wenn du da aktiv bist. Wenn du Fragen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare. Oder wenn du andere Looks noch sehen möchtest, dann schreib auch das unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, abonnier natürlich diesen Kanal, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und du kannst dich auch für den Newsletter anmelden, da kriegst du ab und zu mal eine kostenlose RAW-Datei mit dazu. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.